Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch eigentlich nur kurz Bescheid geben, dass die Minecraft Vollversion, also die 1.0.0, offiziell erschienen worden ist. Also ihr könnt jetzt direkt in eurem Minecraft-Klienten updaten und dann habt ihr eigentlich auch schon die Vollversion. Was eigentlich neu ist, das ist eigentlich vorher schon bekannt, weil wer die Pre-Release eigentlich schon gespielt hat, also die bis 6 Pre-Release, die veröffentlicht wurden in der Zeit, der weiß auch, was ungefähr halt reingekommen ist. Und ja, also ich habe jetzt mal kurz angetestet schon die Minecraft 1.0.0, also die Vollversion und die läuft auch relativ flüssig. Also da hängt eigentlich fast gar nichts bei mir. Vorher hat halt in der Beta eigentlich manche Sachen bei mir immer gehangen, aber diesmal hängt gar nichts mehr. Also wirklich richtig gut gelungen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was genau reingekommen ist, wenn ihr noch nicht die Pre-Release 6 gespielt habt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link von minecraftviki.net. Da könnt ihr nachlesen, was alles neu ist. Das ist einmal so eine riesen Seite aufgelistet, was alles neu reingekommen ist. Also jedes einzelne Detail. Und ja, ich habe eine Facebook-Fanpage. Falls die Leute das noch nicht wissen, steht da unten in der Videobeschreibung. Da werden auch die neuesten Informationen gepostet zu Minecraft. Würde mich freuen, wenn ihr da mal liken würdet. Ja, ich hoffe, dass das kleine Informationen-Video gefallen. Abonnieren, kommentieren, downshap und ich bin jetzt hier raus. Ciao, Leute.